Jallöschön und willkommen zurück. Da sind wir wieder in Gotham City in der Goscorp Anlage gerade, um festzustellen, dass hier die Tür zugefroren ist. Wie soll ich denn da durchkommen? Ah, ich weiß wie. Komm, es sind vier Leute. Ist da oben irgendwo? Der ist tiefgefroren. Das ist der Wachmann. Hier haben wir mehr als einen. Doppel ausschalten. Ne, doppel ausschalten reicht nicht. Hier sind vier und einer mit einer Eiskanone. Das ist ja Pille-Palle eigentlich. Wenn ich mir gerade mal so überlege, dann ist das ja total einfach. Oh, da ist der andere mit einer Knarre. Der hat mich nicht gewusst. I didn't know. Der hätte eine Waffe. Hat er schon wieder seine Waffe geholt? Kann das sein? Ja, hat er. Natürlich hat er das. Ah, schon lass die doch noch fallen. Er hat ja zwei. Geil, das aber auch aussieht wie der Pumpe. Ach, scheiße. Idiots. Jetzt töten die sich selber. Da geht doch. Du bist mal ganz ruhig hier, Junge. Du sind so. So. Oh, na toll. Können wir mich verarschen? Ach, du Scheiße. Alter, Kacke. Ach, die sind dran. Nein, verdammt. Scheiße. Scheiße. Na, ist aber einer weg. Nein, ich bin schon mit dem Eisbrecher. Na klar. Bäm. Alter, wie der ausrastet, der Betsy. Wie der Betsy ausrastet. Alter, voll die Ausraster-Fledermausse hier gerade am Start. Da ist mit meiner Fresse rastet der aus. Zeig du mir mal, was du drauf hast. Hast du überhaupt irgendwas drauf? Und tschüss. So, geht doch. Meine Güte. Das war anstrengend genug. So, F-Raid. Bist du jetzt fertig mit dem Thermal-Ding, ey? Bitte. Mal hier. Einfach mal. Was ist mit dir? Du bist immer noch hier. Wolltest du nicht gehen? Ich weiß. Habe ich schon geholt. Ich habe ihn schon gerettet, dein Chef. Dein Chef. Philanthropie. Schönes Passwort. Nur der eine? Ah, wie hat er das denn mitgekriegt? Betankungsvorgang eingeleitet. Gründung Punkten 1 bis 4 aktiviert. Sicherheitsprotokolle in gut. Was ist Sicherheitsprotokolle? Für Sicherheitsprotokolle, Junge. Na, geht. Ich weiß nichts von Sicherheitsprotokollen hier. Gehen wir hier rein. Hm, wenn das mal keine Wartungsluke ist. Kann man hier einfach rein? Ja, kann man. Betankungsstufe 1 abgeschlossen. Andock-Prozess eingeleitet. Oha. Komm ich hier nicht weiter? Oh. Hä? Nee, da kann der doch nicht durch, oder? Kann er wohl. Achtung. Temperaturschwankung im Kryokuppel 4 entdeckt. Mögliches Leg im Kühlmittelschacht. Kryo-Kuppel 4. Achtung. Mehrere Legs im Kühlmittelschacht festgestellt. Aha. Kühlmittelschacht. Okay. Ist das hier eine Kryokammer? Das sieht nicht aus wie eine Kryokammer. Das sieht aus wie eine Kammer. Ja. Machen wir mal die Tür auf, ne? Sicherheitswarnung. Nicht autorisierte Aktivierung von Zugriffskonsole D17. Sicherheitswarnung. Hm, ich glaub, die meint nicht. Oha. Ich glaub, hier ist kalt. Alter. Ich glaub, ich brauch den Anzug. Äh. Ob das eine Guti... Okay, doch, da ist ein Fächer. Wie krass das aussieht mit dem Eis. Hammer, ey. Alter, wie geil das aussieht. Das ist fett. Äh, ich wollte hier eigentlich nicht erfrieren. Fällt mir gerade ein. Das soll mich vielleicht beeilen. Ich hab zwar irgendwie keinen wirklichen Indikator, dadurch gleich abverrecke, aber... Doch, wenn das Eis mehr wird. Ah, das Eis wird wieder weniger. Sehr gut. Ah ja, ich bin wieder entfrostet. Oh. Da wär ich nicht durchgekommen. Würde ich mal überhaupt. So, gehen wir mal noch ne Tür weiter. Komm ich jetzt in die Kryo-Kammer? Oder zu den Kryo-Kammern? Ist ja wahrscheinlich mehr als eine. Da ist Freeze. Und das sieht aus wie... Oha. Das sieht aus wie ne... Big-ass-Bomb. Und zwei Sniper sind hier auch noch. Was zum Hänkern. Ah. Sehr gut. Wo ist die Pinguin? Achtung. Gib mir Boyle, oder ich friere diesen gesamten Raum ein. Das wirst du nicht tun. Du sollst die Kots, die du brauchst. Und ich rück ihn nicht raus, bis ich kriege, was er dir zu bieten hat. Was sich hinter dieser Tür befindet, hat keinen Wert für dich. Was Wert für mich hatte die Waffen, die du mir versprochen hast. Und du hast mir nicht alle gegeben. Das nimmt kein gutes Ende für dich, Koppelkopp. Hoho. Ich würde, du bist ein bisschen verwirrt darüber, was genau hier gleich passieren wird, sobald du dein übergroßes Fischblasen feinst. Geht mal die Jungs es aufsprengen. Und wenn das die Punkte... Oha. 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 Wir sind da. Oha. 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 Jetzt gehörst du mir. Hey, Captain. Du hast genau eine Chance, ihn gehen zu lassen. Das interessieren Drohungen einen Mann, der alles verloren hat. Der arme Koppelbott, ey. Du, das ist deine Schuld. Hol mich hier raus. Ha, ha, geil. Das will Freeze. Wozu braucht der Boyle? Boyle hat irgendwelche Codes für so eine Art Superwaffe. Und dank dir hat Freeze sie jetzt. Dieses Eis ist das einzige, was dich vor einer wohlverdienten Tracht Prügel rettet. Ja, 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 hör zu. Du willst unseren Freund Mr. Boyle retten, oder? Aber durch das Eis kommst du nicht durch. Goth Cop hat dieses Gerät. Eine, ne, na so einem Bohrer. Einen Kryobohr. Sag mir, wo er ist. Meine Männer haben all unsere Akquisitionen ins My Alibi beigebracht. Natürlich nur zu aufbewahren. Dann solltest du lieber hoffen, dass deine Jungs noch da sind. Ja, natürlich nur zu aufbewahren. Wer nicht durch diese Eisbarriere brechen will, sollte ich Pinguins Schergen besser rechtzeitig im My Alibi abfangen. Ja, heißt, ich muss jetzt wieder raus. Warnung, kritischer Ausfall in der Treibstoffforschungsanlage. Sofort evakuieren. Wollte denn, der Witz ist? Zieh euch mal mit meinem Kostüm rein. Hältst du mal die Klappe? Ich will gerade was sagen. Jetzt. Hältst jetzt die Klappe, Cobblepot? So, guckt euch mal mein Outfit an. Ich bin hier im Stehen tiefgefroren. Wie geil, dass es aber auch Camouflage-mäßig ist. Und der Oswald steckt in dem Eis fest mit seinem ollen Pulli da. Mit seinem ollen Pelzmantel. Was nix besonderes ist. Und ich friere mir hier schon halb einen Tod. Und der steckt da drinnen. Und dem passiert nix. Willst du mich denn veräppeln? Sehe ich aber mal anders. Der müsste eigentlich schon längst erfroren sein. Der müsste Gefrierbrand haben, der Oswald. Notfall in der Treibstoffvorschungsanlage. Äh, muss ich hier eigentlich durch? Anscheinend. Sofortigen Evakuierungsvorgang einladen. Er ist in die Luft geflogen. Er ist in die Luft geflogen. Ohne den XE-Anzug kann ich in dieser Kryodampfwolke nicht überleben. Ne. Aber ich kann mich ja von der Kryodampfwolke... Duftwolke, ne? Die Kryoduftwolke. Mit nettem Kryoduft heute. Heute mal ein netter Kryoduft. Das ist ein Betankungsvorgangstufe 2. Wir sitzen fest. Wir sollen keinem hier wieder rauskommen. Keine Ahnung, aber du solltest es vielleicht ausfitten. Schließlich hast du uns hier runtergebracht. Wir müssen nur ruhig bleiben. Wir müssen nur... Aua. Mann, du bleibst jetzt mal auf dem Boden, hier. Danke, geht doch. Scheiße, die Schockernschuhe. Es ist nie so kalt. Jetzt müssen die dann erstmal frieren, die Jungs. Nein. Denn du bist bereits eigentlich weg. So, und du? Nein, jetzt. Komm ich gar nicht durch. Ach doch, hier komm ich wohl durch. Hier komm ich durch. So. Ich glaube, es ist ziemlich kalt gerade. Heißt, ich kann hier durch? Durch den Schacht? Ja, kann ich. Sehr gut. Kritischer Ausfall in der Treibstoff-Forschungsanlage. Sofort evakuieren. Hm. Boah, hier ist ganz schön kalt. Ey, Junge, 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 ist hier kalt. Bin ich jetzt da, wo ich hin wollte? Nö, überhaupt nicht. Ah, hier wird aber wieder warm, plötzlich. Und unerwartet. Wir sind wieder im Forschungslabor. Der kryogenische Reaktor hat versagt. Durchbruch der Eindämmung steht mir vor. Mich verarschen, hier war ich schon. Ich bin kein Kryo-Techniker, sondern ein Wachmann. Wenn du dir erfrieren, lass dir besser was einfallen. Deine Kumpel haben die Sicherheitssysteme am Ausgang zur Lobby zerstört. Wir können entkommen. Hier kommt keiner raus, bevor wir nicht zum Pinguin gelangen. Dieser Kryodampf ist tödlich. Ich brauch den XE-Anzug, um in einer dieser Wolken überleben zu können. Hilf uns auf dieser Lage rausgelegt, bin ich hier. Okay, okay. Lass mich nachdenken. So. Stimmt, das war der Kryodampf. Wo kommst du denn her? Das war unglaublich. Kommen Sie mit. Ich bringe Sie hier raus. Wie denn? Achso, wo kommt man raus? Vielen Dank für die Hilfe. Was wirst du jetzt machen? Sobald ich den Kryobohrer habe, komme ich zurück und rette Ferris. Aber wird Freese nicht versuchen, dich aufzuhalten? Das hoffe ich doch. Das hoffe ich doch. Alfred, wie läuft es mit dem XE-Anzug? Ich habe ihn gerade in einen Abwurfbehälter verladen. Gut. Ich bin unterwegs zum MyAleby, einen gestohlenen Kryobohrer abholen. Lass den Anzug dort vom Batwing abwerfen. Er ist auf dem Weg. Machen wir mal. So, MyAleby, da haben wir doch. Da müssen wir hin. Dann machen wir uns mal eine Etage auf, eine Etage höher. Ach, die Mieze-Kätzchen wieder. Ich will sie streicheln. Ähm, ich glaube, ich fliege gerade in die falsche Richtung. Nein, tue ich nicht. Das hat gut funktioniert. Das war jetzt schon besser. Also so. MyAleby. Da hinten. Ich runter. Was ist dein guter Vorsatz fürs neue Jahr? Ich sagte aber, es verändert mir doch erst mal, dass dein guter Vorsatz letztes Jahr war, bevor ich die Fahrer verhalte. Ja, außerhalb des Mai 1. Da hält sich eine Gruppe bewaffneter Männer auf. Sie sollten das Gebiet sichern, bevor ich den Abwurf einleite. Ah, scheiße. Knarre. Wer weiß. Oh, den tue ich. So, da geht doch. Wisst ihr was? Das Alpha-Ti oder was? Und bam. Ach, den einen habe ich mit dem Bitterang schon erledigt. Na komm. Geniet. Haha. Als ob das nicht wert. Nice. Jetzt geht die Party ab. Äh, besorge den Anzug. Äh. Äh. Was ist der denn? War nicht für Apple? Wo ist der Anzug? Können sie es mit Mr. Freeze aufnehmen wollen. Er ist in einem Abwurfbehälter auf einem Dach nahe des Mai Alleyby. Ach, auf einem Dach? Ja, sagt das doch. Was soll ich das denn wissen? Was soll ich denn wissen, dass das Ding auf dem Dach ist? Echt, ey. Ist ja witzig. Hättest du noch nicht direkt mal hier hinwerfen können? So, komm. Ab in den XE-Anzug, Mann. Wie willst du einen Fingerabdrücker scannen, wenn du einen Handschuh hast? Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Der ist nice. Dank der Thermalhandschuhe dürften Sie mit dem ganzen Eis fertig werden. Und der Anzug wird Sie von der K... Sir, Sie sollten sich um die letzten Aktivisten kümmern, soweit Sie können. Aktivisten? Da sind die Aktivisten. Die Wabenstruktur schützt vor extremer Kälte, ohne das Gewicht zu erhöhen. Er wird mich in keinster Weise einschränken. Nö. Der schränkt garantiert nicht einen. Guck mal, wie der aussieht, ey. Äh, Anarchy, ne? Da waren noch Anarchy-Schläge. Hier ist Bridge abgeredet. Da kommt niemand drüber. Sie haben versucht, die Leute zusammenzutreiben. Sie wollen auch Wüten drüber machen. Schieb sich um Wüten. Wie werden Sie die Leute anpassen, umso mehr Leute gehen auf die Straße, um zu demonstrieren. Ich weiß ja, was das bedeutet. Mängel hier noch eine Wunder, auch auf der Rückkehr. Hm. Deswegen mag ich dich. Du hast Köpfchen. Du hast Köpfchen. Mhm, total. Und wie der Köpfchen hat. So, noch mehr Anarchy-Schläge. Hier geht aber ganz schön wieder ab. Sind die nur Waffen? Ja, die haben nur normale Kanonen. Hallo da drüben. Das ist gar kein. Die sind aber Sniper. Da unten muss ich hin. Da ist nichts. Ups. Gotham ist ein Gefängnis und die Polizei seine Wärte. Getreu ihrem Motto beschützen und dienen. Das tun sie auch. Sie beschützen und dienen sich selbst. Wir fürchten uns vor ihren Blicken, ihren Schlagstöcken und Pistolen. Wenn wir ihnen auf den Straßen begegnen, starren wir zu Boden. Wir zittern, wenn sie sprechen. Wer sind diese Menschen? Was treibt sie an? Gerechtigkeit? Ehre? Nein. Sie wollen Macht und ihre Marke verleiht sie ihnen. Und so jagen jene, die wir zum Schutz aufsuchen, uns stattdessen Angst ein. Als ob heute Nacht nicht schon genug los wäre. Oh. Verdammt. Die Bomben sind noch aktiviert. Es muss einen zweiten ausfallsicheren Zünder in der Nähe geben. Mir läuft die Zeit davon. What? What? Achso, ähm. Ich mag den Schnee. Die Stadt ist jetzt so ein nübschen Markt und hält. Schnee ist okay. Das ist das Problem. Es ist anders, wenn man es nicht sieht. Wir sind hier ständig auf dem Arsch. Du bist besser. Ich habe noch keine Zeit für soweit. Komm. Ich trau bessere Handschuhe. Meine Finger fühlen sich an, als würden sie gleich abfallen. Es ist nur eine Kälte, die direkt in die Knochen geht. Das Schlimmste ist aber, wenn du einatmest... Oh nein! Reste. Mischen wir mal mit. Hier war ich doch richtig irgendwie gerade. Schlimmste. Kommt zur Fasch. Ich bin fliehen, da war es nicht hier. Das Schlimmste. Das Schlimmste. Gemeinsam hätten wir so viel erreichen können. Das ist total unsinnig. Wir machen das aber alles in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.